1, 2, 3, 4 Ich grüße euch. Heute zeige ich euch einen sehr aktiven Rhythmus, einen fetzigen Rhythmus, der nach vorne geht. Und zwar, ich spiele ihn nochmal vor und dann gehen wir ihn gemeinsam durch. Ja, das ist der ganze Rhythmus. Er hat sozusagen vier Strophen, vier Durchgänge und bei dem letzten gibt es noch einen kleinen... Ja, okay. Also das Grundding ist ziemlich leicht, Leute. Also, ich mache den mal langsamer. Das ist schon alles. Das ist das Grundding. Jetzt machen wir den gemeinsam langsamer und du spielst mal mit, wenn du eine Trommel zur Hand hast. 1, 2, 3, 4 Okay, das ist alles. Das ist der ganze Rhythmus. Und aus dem kannst du natürlich ein eigenes Spiel entwickeln. Ja, unten auf der Höhe ein paar Sachen oder ein paar Slaps dazu oder die Bässe verschieben. Ja, aber der Rhythmus ist im Grunde... Das ist alles. Okay. Hier ist Ingo Gutmann und ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Rhythmus. Ich werde jetzt noch kurz damit ein bisschen rumspielen zur Inspiration. Und ich habe einen wunderbaren Tag. 1, 2, 3, 4 Ich werde jetzt noch kurz drauf 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 Untertitelung des ZDF, 2020